hattest du heute einen stressigen tag ich bin ein bisschen müde hier bei uns ist es ja auch schon 23 uhr 23 das ist jetzt auch schon zwei stunden später als bei euch und ja ich habe viel zu tun gehabt heute viel zu erledigen kinder in die schule vier verschiedene klassen abchecken einkaufen gehen die drillinge fußballtraining heute wieder fußballtraining die jungs spielen und ja und dann halt was so anliegt so am telefon arbeiten die sachen für freitag vorbereiten single hochladen cover hochladen blablabla das mache ich ja alles alleine weißt du das track mit twizy gegen sart leute bitte tut mir eingefallen ich küsse eure augen aber lasst mal das thema sart jetzt gut sein sart ist für mich gestorben es gibt keine districts gegen ihn soll er machen was er will soll er irgendwelche interviews machen in denen er ja dann den allen die wahrheit erzählt und so soll er alles machen für mich ist der typ gestorben hat da interview mit tierstar wäre gut nee lass mal auch sein und noch einmal also guck mal ihr wollt musik hören so ihr könnt jetzt freitag musik hören ihr bekommt im podcast ziemlich viel mit so ich werde ab sonntag genau ab sonntag werde ich die nächste runde vom podcast mit peter auch starten dort wird es sehr sehr tagesaktuell und wirklich um die dinge gehen die auch echt passieren auf twitter auf tik tok auf instagram und generell der erste die erste staffel war ja eher so ein bisschen so ein resumé noch mal kurz alles erzählen was passiert ist noch mal so ein paar meinungen über ein paar künstler lostreten wie das alles so funktioniert mit der ganzen schutzgeld geschichte und den angeblichen managern aber jetzt am sonntag geht es weiter und das wird sehr explizit und wir werden den podcast auch praktisch direkt gleich von anfang an überall verfügbar machen also spotify und co alle werden bedient und ihr könnt euch das in alles reinziehen und da kann man viel erzählen wir haben die doku die jetzt im januar weitergeht ja also im januar wir kommen die nächsten acht folgen ihr bekommt halt so viel mit auch aus unserem leben und so viel was hat auch nicht mit musik zu tun hat und dann bringe ich auch noch musik raus da ist doch alles gesagt also wozu wozu mich mit irgendwelchen drittkass drittklassigen leuten hinsetzen und dann da irgendwie so tun als würden die dich interviewen so wie läuft das mma training bro ich mache kein mma habe ich noch nie gemacht werde ich niemals machen mag auch kein kampfsport ich gucke mir das noch nicht mal irgendwie großartig an aber gerade beispielsweise ist ein sehr sehr guter freund sein bruder genauso und die jungs haben wie gesagt diesen youtube-kanal die haben dieses format und diesen aktiv und das sind wirklich sehr sehr gute freunde von mir und ich liebe die beiden und dann haben die mich gefragt bro du bist jetzt schon seit einem monat hier kannst du irgendwie noch ein bisschen zeit organisieren kommst du mal einen tag bei uns vorbei guckst du mal zu bei uns im gym habe ich gerade beim kämpfen zugesehen und danach sind wir essen gegangen interview gemacht ich habe mit mma nichts zu tun hatte lasse mich in ruhe mit diesem kampfsport auch nicht für geld auch nicht für geld auf irgendwelche sechst klassiken boxveranstaltungen oder so könntest du dir ein feature mit ufo vorstellen auf gar keinen fall also mit ufo will ich mir gar nichts vorstellen leiter extreme nur wenn es für mich promo heißt sehr schwach das ist hier so mein kanal das ist der twitch kanal von mir und letztlich kann ich mir doch eigentlich auch aussuchen so wann ich streame und was ich in diesen streams da noch mache so ansonsten ich zocke auch ab und zu aber ich muss auch ganz ehrlich sagen ich habe heute auch einfach sehr gerne einfach meine ruhe auch beim zocken ich bin auch viel am computer und so da jetzt war ich mal einen monat nicht hier aber ich habe doch einfach keinen bock ich genieße das dann auch sehr dann hier zu sitzen und dann kommt mir hat keiner zu wenn es dann halt irgendwie was gibt was dann halt so interessant ist so wie jetzt letztens mit shindy und fahrrad und kollega und so da komme ich online dann rede ich darüber oder die sache müssen dann komme ich online dann spreche ich darüber gucke ich mir das an es gibt auch und die sitzen die liegen mit irgendwelchen bikinis in badewannen alter so weiß ich meine so denen sagt man auch nicht so was fällt euch ein hier im bikini in der badewanne also will mich will keiner im bikini sehen mich will auch keiner in der badewanne sehen ich will auch wirklich auch nie wieder irgendjemand in der badewanne sehen aber letztlich brudi das einzige was du machen musst ist hat einfach nicht die auf diesen kanal auf diesen kanal halt gehen wenn ich hier irgendwie live bin so und dann stört dich das auch nicht was ich hier mache alter hast du brief mit ufo oder wieso ja man muss mit menschen nicht immer gleichzeitig beef haben wenn man mit gewissen menschen auch einfach nichts zu tun haben möchte so kontakt safari wir haben letztens miteinander geschrieben so von meiner seite auf jeden fall alles cool und ja und wie gesagt die anderen sachen sind nicht meine sachen deswegen mische ich mich doch nicht ein ich habe mir alles angehört und mehr muss man dazu nicht sagen warst du auf der gamescom nee ich war nicht auf der gamescom was spielst du momentan momentan spiele ich baldur skate 3 diablo ist ein bisschen eingefroren und warcraft ist so komplett gerade auf null bei mir welches parfüm trägst du also ich habe einige parfüms ich trage sehr 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 gerne parfüms auch von montale feiere ich mega alter müsst ihr euch mal checken café intense beispielsweise auch eines meiner absoluten lieblings parfümseite auch richtig richtig geil parfüggen spielst du overwatch ne auf gar keinen fall dicke alter watch habe ich einmal glaube ich mit deja gespielt vor jahren und dann nie wieder deja tut immer so als wäre das ein cooles spiel aber bei also fühle ich nicht bin doch jetzt nicht so ein ego shooter und so letzte serie die ich geguckt habe also ich bin in letzter zeit sehr sehr viel geflogen und ich habe mir so ein paar sachen runtergeladen und das was ich wirklich so jetzt wieder so komplett am stück geguckt habe ist family guy family guys einfach boah hammer alter einfach so geil dass ich einfach wieder von vorne angefangen habe abk video zu manuel sind jungs das ist doch auch schon so ausgelutscht also und ich also ich mich guckt irgendwie beides nicht so richtig muss ich ganz ehrlich sagen also abk habe ich überhaupt keinen draht so ist mir auch schnuppe komplett und über manuel sind musiker wohl nichts sagen alter sag mal was zu capital dem junkie was soll ich dazu sagen alter ich glaube dass alles alles gesagt sind die schieren david wie findest du die combo war feiere ich nicht feiere ich nicht ich war ja schon hier aber ich war ja halt schieren auch überhaupt nicht alter ich kann verstehen dass schon die sich da so ein bisschen damals eingeklinkt hat so weil kam natürlich auch maximaler erfolg zustande von ihr kann ich nichts mit anfangen hat da meinung zu echo schwierig schwierig eigentlich habe ich nichts gegen ihn also überhaupt gar kein front oder so aber das ist mir immer zu viele sticheleien und zu viel so auf cool machen und so bla 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 und es hat so komplett unnötig weil wenn er irgendetwas wollen würde oder wenn er mir irgendetwas zu sagen hätte dann könnte er mich schreiben ich würde ihm meine nummer schicken wir könnten telefonieren könnten alles aus der welt schaffen aber immer von seite und so das ist weiß ich nicht so das muss nicht sein deswegen habe ich gar keine meinung zu dem alles cool hamart 47 interview auch das ist es so wie farid bang intro jungs guck mal der zug ist doch schon längst weg alter es sind manchmal sachen dabei ist unglaublich hätte hey nun bayern münchen meinung das ist noch mal was gutes das ist auch ein heiß diskutiertes thema auch in den letzten wochen in meinem umfeld gewesen also ich feiere harry kane überhaupt gar nicht ja ich feiere den nicht und 100 mille plus zahlen und so ey ich bin kein fußball experte ich bin auch kein club manager oder sonst irgendwas aber jungs also keine ahnung das ist mir nix es gibt ein verein der mich sehr positiv überrascht hat und der absolut wirklich auf meiner respekt liste und auch auf der liste so ich gönne dem verein das maximale an erfolg ist einfach union berlin ist einfach so ist einfach so union berlin unglaublich krass respekt also was die sich aufgebaut aufgebaut haben das ist schon wirklich sehr sehr stattlich und was ich auch richtig geil fand wirklich ist es also so spielt auch das schicksal wieder so und das auch da sollte man sich auch daran erinnern so an hochmut kommt vor dem fall ich weiß jetzt nicht ob ihr das alles mitbekommen habt aber so härter und union das ist ja auch so eine spezielle geschichte und härter so ja wir sind bundesliga und olympiastadion und die einst der einzige klub in der stadt hier alter der einzige klub in der stadt spielt der zweite liga und union spielt einfach champions league im olympiastadion geil leiter feier ich hertha größer drecksverein aber wenn ich mir jetzt hier eine menge feinde mache hertha kann mir so gestohlen bleiben richtiger chöp verein alter ohne witz richtiger chöp gala oder fenner ich habe keinen bezug zu türkischem fußball also da kann ich euch nichts sagen wie wort der eine will das hören der andere wird das hören ich sage das jetzt nicht damit einer von euch beiden sich freut ich habe mir ist türkischer fußball egal wo messi und miami ja also warum ja auch nicht so drüber quatschen hat das ist natürlich alles so ja es ist halt auch alles ein bisschen halb halb seiten so ne irgendwie ronaldo und benzemar und mann und für minio und wie sie alle heißen in der saudilieg und messi jetzt in amerika und so war weiß ich nicht was ich davon halten soll weiß ich nicht also klar messi und ronaldo sind beide in jahre gekommen sind beide unglaubliche spieler ich will mich auch gar nicht entscheiden so zwischen entweder ronaldo oder messi ich denke mal die beiden spieler gehören einfach zu den wenigen spielern die auch definitiv als legende und für immer auch in die fußballgeschichte eingehen werden deswegen will ich mich da gar nicht entscheiden also meine ganzen meine kinder also meine beiden söhne sind absolut ronaldo fans da hat messi keine chance ich bin also ein bisschen ein bisschen entspannter aber so eine topspieler in dann so schwachen liegen gut muss man muss man wollen letztendlich verdienen die hat eine menge kohle alter und ich wäre auch für die hälfte würdigt auch fußball spielen gar keine frage überhaupt keine frage also wenn mich irgendjemand hier verpflichten will oder so ein thema alter hast du kontakt zur haftbefehl ich habe keinen kontakt zur haftbefehl überhaupt nicht also zu dem rapper haftbefehl habe ich keinen kontakt den einen oder anderen haftbefehl habe ich auch schon beantragt in letzter zeit ja schönste ort wo du bis jetzt warst das hört sich jetzt vielleicht echt ein bisschen schmierig an ich habe sehr viele schöne orte auf der welt gesehen malediven costa rica mauritius seychellen australien istanbul keine ahnung gibt es einige ja wirklich einige davon aber für mich der schönste ort bis hier bei mir zu hause wirklich das ist einfach der schönste ort und heute wieder mit den kindern durch dubai gefahren wir haben so ein paar sachen besorgt und auch auf dem fußballplatz beim training und so es ist einfach es überall jemand dafür alle möglichen dinge steht immer überall jemand der das dann auch erledigt und es ist alles möglich und ja kein problem und immer gute laune und alle höflich auch die emiratis hier in dubai sehr respektvoll und so und es ist so schön hier dann auch mit der eigenen familie dann dieses wetter und dieser warme wind und dieser schönste ort ist einfach zu hause hat da ohne witz warst du bei der wm in katar nee habe ich nicht geschafft ich muss auch sagen so die wm hat mich nicht so gecatcht das liegt gar nicht also liegt überhaupt nicht an 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 katar wäre auf jeden fall auch ein katzensprung gewesen weil wir nicht drüber sprechen alter und die deutsche nationalmannschaft ist auch einfach so eine oberprömer chöp-truppe alter des todes wirklich normal dass die höflich sind rollgate macht es möglich black hawk black hawk one das hat überhaupt nichts mit geld zu tun da sieht man mal wieder dass du wahrscheinlich irgendwo in einer schublade in sonst wo sitzt ja mit viel geld dabei gut ja dubai ist teuer definitiv ist dubai teuer ja aber wenn man einen aus einem bestimmten bereich eines des berufs lebens kommt ja und sich das leisten kann auf jeden fall klar muss man können aber dass die leute hier freundlich sind also es hat überhaupt nichts mit geld zu tun man das ist wieder so und wie nennt man das so scheuklappen ding weißt du so ist es auch wieder so weiter wie ist der dünner in dubai ich habe in dubai noch kein dünner gegessen werde ich auch nicht ich werde nur in berlin dünner essen ich habe auch in bochum keinen dünner gegessen ich habe auch in gelsenkirchen keinen dünner gegessen ich habe in dortmund keinen dünner gegessen egal wo ich überall war in deutschland ich esse nur in berlin dünner und dabei bleibt auch in griechenland war ich auch schon mal ja kreta auf kreta war ich schon mal mit der familie wann machst du mit anna maria bei sommer aus der stars mit daraus wird nix keine chance kriegt meine frau nicht überredet wo ich würde so gerne da mal mitmachen ist für mich einfach so die die lustigste und und schönste das schönste tv-format sommer aus der stars dann kommt kampf der reality stars euch liebe dieses trash trash tv aber ich liebe das so sehr aber no chance kommen wir nicht rein big brother nee big brother fühle ich nicht alter dschungel fühle ich auch nicht es kommt halt auch wirklich weil ich liebe das hat auch wirklich so wie viele eigentums wohnungen hast du noch das sind genügend was zahlst du für benzin in dubai es ist wirklich teuer geworden ich kann mal gucken du hast hier eine so eine app da musst du deine autos registrieren wir haben drei und dann buchst du sozusagen so einen tankwagen du musst dann abends den tankdeckel auflassen buchst hat den den tankwagen gibst die uhrzeit einen voll tank was auch immer du kannst tanken car wash battery reifendienst und so weiter und sofort alles eingeben ich gehe jetzt hier noch mal kurz auf tanken und du zahlst momentan 3 dann haben zwei warte mal das sind ja ein euro ist so 3 97 ist auch schon wieder gefallen auf jeden fall und drei dann haben sind 75 cent also ich würde mal sagen so 76 77 cent also zahlst für einen liter super zahlst du 76 cent es ist wirklich teuer geworden so und dann buchst du das stellst dein auto draußen hin machst tankdeckel auf ist rein drückst auf die app ich mache bei mir immer mitternacht bis fünf uhr morgens und wenn du dann morgens aufstehst und wenn dich ins auto setzt dann ist der einfach voll getankt und so ist einfach so geil man schaust überhaupt noch auf preise bro natürlich glaube ich auf preise warum soll ich nicht auf preise schauen hinter sehr wichtig das sehr sehr wichtig gibt man in dubai trinkgeld natürlich gibt man auch in dubai trinkgeld also du gibst überall trinkgeld oder ich gebe dort überall trinkgeld wo ich mich gut bedient fühle weißt du wenn der service stimmt die leute nice sind so dann natürlich hat da gar keine frage raide mal sinan bro noch einmal sinan ist für mich tabu alter schmutz ist für mich einfach tabu weißt gar nicht mit welchem gesicht der überhaupt noch live geht da wirklich jetzt mal vermisst du berlin nee eigentlich überhaupt nicht ich vermisse so mal da so essen gehen döner und sowas alles vermisse ich aber ich vermisse es jetzt nicht so so ich würde mal sagen das war's für heute dann ist das war's für heute dann ist das war's für heute der war ist ja